so herzlich willkommen zu einem neuen video heute bekommt ihr das letzte video aus dem jahre 2019 wir hatten dieses video eigentlich schon fertig gedreht nun kam leider eigentlich ganz so schönes ereignis dazwischen aber das leben geht weiter deswegen haben wir uns überlegt wir drehen das ganze lieber noch mal schnell neu erstmal noch mal kurz zu den letzten tagen unendlich krass wie sehr ihr dann doch das auto und das ganze team dahinter feiert wirklich heftig die anteilnahme wie viele kommentare nachrichten wie viel teile und 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 wirklich krass wir haben lange drüber nachgedacht warum das so ist ich glaube es ist einfach deswegen weil dieses auto eins der wenigen autos ist was halt wirklich zehn jahre existiert ist es kennt einfach jeder tuner das kennt jeder genau ich war viel mit dem auto immer unterwegs ich war auf etlichen treffen wird also hier war immer einer der die flagge hochgehalten hat war sowohl auf renn events als auch auf show und schein treffen wirklich querbeet mit dem auto und ich glaube halt auch dass die leute gefeiert haben dass dieses auto einfach nie fertig war viele bauen auto verkaufen es gleich wieder sondern nee da war wirklich der weg war das ziel so immer weiter gebaut weiter gebaut weiter gebaut die zeit ist jetzt nun leider vorbei wir hatten unsere zeit zum trauern mega heftig dass ihr dieses letzte video zur limo so gefeiert habt und ich auch krass trends 1 ich denke das auto hat es einfach verdient gehabt es war wirklich schwer für uns dieses video zu machen da muss man auch erstmal mann genug sein um da so zu stehen und an so einem tage dann noch so ein video zu machen wir werden auf jeden fall ein neues auto bauen und gucken mal was das nächste jahr so mit sich bringt kann nur besser werden definitiv eine sache hat mir allerdings nicht ganz so gut gefallen jp hatte ja für mich diesen spenden aufruf gemacht weil er unter den ganzen videos gesehen hat dass die leute einfach darum gebeten haben ihr könnt euch sicher sein weder er noch ich haben natürlich glücklicherweise dieses geld notwendig und ich glaube ich habe so ein paar hate kommentare gelesen ihr habt auch nicht ganz verstanden wofür dieses geld gedacht ist es haben über 8000 leute oder um die 8000 leute im schnitt 14 euro gespendet was eigentlich jetzt nicht so viel geld ist ich glaube die leute haben das einfach so ein bisschen als als anteilnahme gesehen die feiern diese ganzen videos die feiern die entstehung die feiern dass sie einfach immer und immer wieder durch dieses auto motiviert wurden selber zu tun und so weiter und wollten sich somit einfach beteiligen ich glaube dass unter den 8000 leuten nicht ein einziger dabei war der wirklich dachte ich brauche das geld oder wir brauchen das geld oder sowas ich glaube wirklich die leute wollten sich einfach beteiligen weil sie es einfach geil finden ein kino besuch kostet auch geld und wir machen so viele videos zu diesem auto dass man darf das nicht so negativ sehen es hat immer einen grund warum man youtube videos macht in dem fall ist es bei mir schon sehr stark dass ich da wirklich die szene wieder mit aufbauen wird deswegen gibt es auch diese treffen die keine eintritt kosten wir machen lange freitage und so weiter und ich denke schon dass das viele aber unterm strich auch auch feiern dass man halt einfach versucht diese szene ein bisschen wieder aufzubauen zusammen zu halten und so weiter dazu kommt dass wirklich viele von euch wissen egal wie wo was wenn einem etwas passiert ist ich war immer ein mensch der sofort geholfen hat egal ob ich erinnere mich an ein jahr da ist am wörtersee ein golf abgebrannt da habe ich sofort gesagt hier melde ich einfach bei uns du kriegst auf jeden fall die ganzen teile für motorraum die mit abgebrannt sind von uns wieder zur verfügung stellt egal wenn im freundeskreis einer irgendwie hilfe brauchte sei es nur ein zugfahrzeug ein trailer ich war immer einer auf dem erzählen konnte ich habe immer viel geholfen und ich glaube diese diese krasse anteilnahme an spenden ist halt auch einfach weil die leute das wussten und halt dementsprechend auch einfach einfach mal sie konnten jetzt endlich mal was zurückgeben weil das ist ja auch immer nicht so einfach jemandem zu helfen aber in dem fall ist es halt einfach ja es waren halt viele kleine gesten ihren sommer halten großes ergebnis erzielt haben was einfach krass ist wo man merkt wie groß diese community eigentlich ist und das macht auch stolz so was mitzubekommen wenn man merkt dass wie viele leute dieses auto einfach gefeiert haben selbst wenn sie vielleicht selber nicht schrauben aber natürlich haben die 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 hater vollkommen recht geld hin oder her natürlich baue ich ein auto wieder auf aber das ist ja auch genau das was mich ausmacht ich baue dieses auto nicht auf weil ich damit wieder geld verdienen will oder wie auch immer sondern nein ich will einfach genau dieses alte auto zurück und ich glaube auch dass viele wissen also an der stelle einfach noch mal alle ein bisschen drüber nachdenken ob das vielleicht so richtig ist was ihr alle sagt denkt einfach noch mal drüber nach so jetzt aber genug mit den negativen sachen wir gehen jetzt noch einmal auf das jahr 2019 erst mal wie beim letzten mal ein paar zahlen und fakten wir haben am ersten ersten 2019 mit 63.000 abonnenten angefangen sind jetzt aktuell bei 175.000 natürlich gab es jetzt die letzten tage noch mal ein paar mehr dazu so aber wir haben schon realistisch über das jahr ungefähr 80 bis 100.000 abonnenten aufgebaut ist echt krass haben während des jahres 157 videos gemacht das sind ungefähr drei videos die woche wir versuchen ja immer dienstag donnerstag sonntags natürlich kam hier und da mal in den punkt wo wir keine hatten dafür gab es aber auch zeiten wo wir wie auf was sie mal wettersee essen motorshow auch mal mehr videos gemacht haben so gestartet hat der channel anfang des jahres bei sechs millionen aufrufe jetzt sind wir bei 28 millionen also man sieht dass jetzt einfach langsam wirklich content auf dem channel entsteht also auch alter content wo die leute halt wirklich so nach und nach die sich die alten videos angucken das ist schon eine große ein blick zu geben wie viel zeitaufwand das ganze für uns ist rené macht das ganze vollzeit viele fragen sich ja immer so ungefähr was sonst so machst du ungefähr der sitzt da somit mindestens 40 stunden die woche dran minimum so es kommen auch mal wochen dazu wo es auch mal mehr ist der gute war nicht einen tag krank seitdem das kommt auch dazu sonst würde das ganze kartenhaus nämlich sofort zusammenbrechen wenn da mal eben zwei wochen luft drin sind weil dann müsste man dementsprechend sechs videos vor oder nach plan funktioniert auch nicht ja und jetzt noch kurz dazu zu sagen wie viel zeit das für mich selber ist ich würde realistisch sagen für mich selber sind das ohne die ganze schrauberei sondern wirklich rein nur die videos machen 20 25 stunden die woche weil wir sind im letzten jahr mit dem bus 70.000 kilometer alleine gefahren so wenn man das mal umrechnet auf ich sage jetzt mal vorsichtig können wir einfacher rechnen 70 km h im schnitt das ist schon recht viel jeder der langzeit mäßig sein tacho da drin hat wird sehen nicht viele fahren 70 im schnitt sind wir bei dementsprechend 1000 stunden in diesem auto das sind bei 365 tagen fast drei stunden pro tag die wir nur in diesem auto verbracht haben ja weil dann sind tage wo wir zum beispiel nach stuttgart fahren elfeinhalb stunden hin und rück für 20 minuten video drehen genau so das heißt dieser aspekt der ist nicht zu unterschätzen weil wir waren halt wirklich viel unterwegs viele firmen vorgestellt bin ich absolut nicht böse drum weine nicht eine einzige stunde hinterher hat ultra viel spaß gemacht war richtig cool würde ich dieses jahr natürlich auch wieder genauso machen aber es ist wirklich schon eine krasser zeitaufwand extrem krasser zeitaufwand weil hier und da hat nur als beispiel hat man ja auch mal ein arztbesuch oder was auch immer irgendwas mit der familie und das dann alles unter einen hut zu kriegen ist für eine person alleine ja also jetzt in meinem fall ist schon ist schon eine nummer und wo du auch gerade sagst in dem fall für dich alleine wir suchen verstärkung so das heißt wir suchen eigentlich kann man nicht definieren was wir suchen praktisch sollte er auf jeden fall mit einer kamera umgehen können das heißt wir suchen jemand der sowohl film kann als auch kappen kann als auch bilder bearbeiten kann als auch design mäßig ein bisschen was drauf hat so wir sind recht lockeres team man kann leider nicht immer allzu perfekt planen weil halt einfach zu diesen 20 bis 25 stunden die woche leider noch eine firma kommt dann kommt leider noch diverse projekte dazu dann kommen leider noch diverse events dazu und am ende reden wir hier von jedem tag von 7 bis 23 uhr was halt irgendwie alles untereinander koiniert werden muss es ist ja auch dass wir machen die videos ja nicht um content auf dem channel zu haben sondern wir begleiten einfach mit der kamera das was gemacht wird und da gehen halt manchmal einfach sagt man okay wenn wir zum beispiel marius als beispiel nehmen seinen golf am montag läuft er dann drehen wir montagmittag ein video wenn es dann montag nicht läuft dann drehen wir montagmittag kein video so das heißt wir suchen jetzt nicht den perfekten kappenden video kameramann bin ich auch nicht sondern es ihr könnt euch lieb gerne in diesen job rein wachsen ist überhaupt kein problem ich würde vorschlagen wir blenden jetzt hier mal die e mail adresse von rené ein und ihr habt jetzt zwei wochen zeit bis anfang januar wenn wir mit videos wieder weitermachen und könnt einfach mal eine bewerbung auf eure art dahin schicken wir brauchen nicht groß da irgendwie jetzt hier texte mit lebenslauf und so weiter schickt einfach ein video von euch geschickt das coolste was ihr jemals gecuttet habt gefilmt hat muss keine 4k qualität sein kleines bewerbungsvideo wo man sich einfach vorstellt damit man die person gleich sieht was auf papier steht ist rein theoretisch egal weil ich habe das ganze auch nicht gelernt wenn ihr eigentlich nur aus hobby hier oder so hat es zumindest angefangen macht einfach irgendwas cooles was wo man wo ihr selbst von 200 prozent überzeugt seid und entweder schickt ihr einen link in der e mail per retransfer oder 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 hauptsache ich kann mir dieses video angucken so und dann suchen wir jemanden sowohl da gibt es alle möglichkeiten sind da offen teilzeit vollzeit aushilfsmäßig vielleicht gibt es einen studenten in hannover der sowas nebenbei noch ein bisschen machen wollte problem ist wir brauchen halt einfach für nächstes jahr noch unterstützung weil dieses jahr war wirklich heftig so wir könnten aber noch viel 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 mehr machen dafür brauchen wir allerdings ein bisschen frei ja also geht gast wir freuen euch auf euch hier noch mal die e mail adresse und mal gucken was also kommt ja haben wir noch irgendwas nicht gesagt was war für dich video technisch der schönste moment also der heftigste moment war natürlich mittwoch so keine frage das war wirklich eine nummer wo man wirklich einfach durch musste in dem moment schönste momente waren einige coole sachen bei man muss dazu sagen da müssen wir uns ein bisschen entschuldigen bei euch es gab relativ wenig action dieses jahr weil die autos einfach extrem lange gebraucht haben wie ich ja noch im letzten video gesagt hatte mit limo mit absicht vormessen und so nicht mehr gefahren marius golf auch gerade so jetzt fertig geworden das einzige was es an action gab war halt mit dem golf 3 das war so ein bisschen das schönste kann ich ehrlich gesagt ich weiß gar nicht also für mich mein persönliches jahres highlight war es waren zwei sachen das war einmal mit der limo am börtersee zu sein jedes jahr wieder mein traum ist einfach cool man kann mit dem auto ein bisschen rumfahren die schöne landschaft genießen man kann euch genießen ihr seid auch alle da und das war definitiv heftig und essen motorshow dieses jahr hatten wir im letzten video auch schon gesagt auch extrem heftig das war wirklich krasser so das dazu video technisch ja kann man so nicht sagen aber wir haben wie ich sagte so viele videos gemacht kann ich kein favoriten video rausbringen was auf jeden fall unter meinen top 10 videos wäre leider das letzte limo video wie wir wirklich einfach nur zum sattler gefahren sind als mal aufbreiter wir einfach nur zum aufbreiter gefahren sind kein gas gegeben haben wir gar nichts oder für mich das erste und letztes mal im auto und ja gab viele coole sachen die sachen mit grip das kommt ja auch dazu das habe ich gar nicht mehr reinbezogen wir haben ja in summe 12 oder 13 grip folgen gedreht das kommt ja noch mal oben drauf das sind ja noch mal zusätzliche videos ja soviel dazu das war 2019 auf jeden fall unabhängig von den von den letzten ereignissen die einfach tragisch und traurig und so weiter waren wir sind aber tuner man muss mit sowas leider immer rechnen sonst hat man auch kein feuerlöscher dabei den ich ja zum glück mit hatte der hat halt einfach nichts gebracht man muss positiv sehen es hätte auch schlimmer enden können es ist wie es ist man muss immer ein bisschen trauern aber das leben danach geht auch weiter das heißt wir starten jetzt direkt 2020 durch mit auf jeden fall marius limo fertig machen abstimmen gucken was das ding so kann dann bauen wir an den golf 3 noch mal rum der kriegt nämlich noch mal ein kleines upgrade wird jetzt nicht allzu aufwendig aber da tut sich noch ein bisschen was und dann machen wir natürlich jetzt mit dem lambo weiter und versuchen nebenbei noch eine neue aufzubauen klingt wieder nach einem echt heftigen programm mein dies im projekt kommt ja auch genau er rennes auto wird auch noch umgebaut gut dass du sagst ich denke mal da werden wir auch direkt im januar mit durchstarten und ja danke für den ganzen support 2009 ich danke dir für dieses jahr 2009 es hat echt mehr spaß gemacht danke auch wie ich gerade schon sagte für deine zuverlässigkeit und so weiter weil wir eigentlich das ganze jahr lang durchgezogen egal wann wie wo auch die messevideos die leute sind angekommen und meinten alter wie macht ihr das dass ihr selbst auf dieser messe noch jeden tag und video macht ja gedreht damit ich aufs hotel gegangen habe da geschnitten genau so weil neun videos oder zehn videos während der messe ist es schon es ist schon pensum dann weil wir wollen ja auch in der qualität nicht schlechter werden wir haben ja schon immer einen gewissen anspruch danke für alles und ich kann euch so viel sagen wir werden 2020 direkt wieder gas geben und durchstarten auf jeden fall ich sage bis dahin frohe weihnachten und ein guter